Musik Für Pläthea Christian Pläthea wahrscheinlich die Kontrolle über dieses Spiel übernehmen wird. Im letzten Jahr gegen einen Chinesen mehrere Bälle aus der Ballonabwehr Ficht. Das Ganze im Viertelfinalspiel, starke Spiele abgeliefert. Wie eben schon angesprochen, unter der Woche gegen Harimoto gewonnen. Was man kann. Sehr, sehr unangenehm zu spielen ist. Linkshänder, gute Aufschläge. Hier, wie gesagt, jetzt Platzierungswechsel einzubauen. Über den Körper spielen. Ein bisschen Glück dabei. 11 zu 9 im ersten Satz für Christian. Und heißt, er hat den Satz quasi abgehakt. Und Neustadt. Königshofen führt 2-0 in Jülich. Hat man hier in Saarbrücken ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm mit dem Meister aus Ochsenhausen, dem Rekordmeister Düsseldorf und dem heimstarken Team aus Mühlhausen. Jetzt hier sehr, sehr starker Ballwechsel von Danny Heister, der den Ball mit der Vorhand in die Rückhand donnert, geht mit 3 zu 2 in Führung. Und für Düsseldorf geht es weiter. Aufschlagfehler, wie es hier weitergeht. 11 zu 4 für Christian Pletär. Damit steht der 3 zu 0 Erfolg. Das ist der 1 an, wenn sie auf jealousy landscapen sind. 12 zu 5 für Kaspar. 17 zu 6. Wir glauben, dass ist das Ihr natürlich Xiaomi luz.